Annemarie 41 und Wayne Carpendale 41 genießen ihr Familienglück, seit 2007 sind die beiden bereits zusammen, seit 2013 sogar verheiratet. Ihr Sohnemann krönte im vergangenen Mai schließlich ihre Liebe. Seitdem halten die stolzen Eltern ihre Follower mit witzigen Posts regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. Wayne postete nun ein neues Foto von seiner kleinen Familie und zeigte damit, dass sein Söhnchen mindestens genauso hin und weg von seiner Mama ist wie er selbst, der ein 41-Jährige verbringt mit seiner Frau und dem Sprössling, gerade eine aus Zeit auf Hawaii. Auch im Urlaub wollen der Schauspieler und die Moderatoren nicht auf Social Media verzichten. Auf Instagram teilte Wayne ein Pick von sich und seinen Liebsten. Mit seinem Nachwuchs auf der Schulter wollte er eigentlich ein Selfie machen, statt jedoch in die Kamera zu gucken, blickt der kleine Mann über seinen Kopf zu Mami Annemarie, die im Hintergrund posiert. Diese niedliche Aufnahme kommentierte der ehemalige Letztensteilnehmer mit immer nur Augen für Mama und ergänzte die Worte mit einem Herz-Emoji. Die Fans amüsierten sich über den Schnappschuss und freuten sich für die TV-Stars. Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei der Bambi-Verleihung 2018 Anzeige Instagram Wayne unterstrich interessiert unterstrichs Wayne und Annemarie Carpendale auf Maui 2019 Anzeige Instagram Annie unterstrich Carpendale Annemarie und Wayne Carpendale zusammen mit ihrem Sohn Anzeigetipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de Wir sehen uns beim nächsten Mal.